so ich habe mich durchgesetzt in dieser folge ich wir sind jetzt noch hier oben ich will noch mal darunter also ich weiß was ich jetzt mache was ich jetzt mache ich rutsche jetzt leute die lässt auch keine ruhe ich könnte ja so eine rolle ich bin immer noch der meinung aber beim letzten mal wollte man die folge und dann habe ich immer gedacht ich beeile mich mal und also ich bin ja gut aber das ist die mögliche meinen schuligen für so eine lange folge man ihr wollt ja mal lange folgen haben aber das ist leider ein bisschen zu lang geworden aber ich weiß es nicht also wir haben immer noch nicht gefunden und ehrlich die immer noch im dreck ich sagten da war noch und das na da war ich doch auch schon ich bin mir nicht sicher weil die machen immer ein dreieck immer ja bisher immer ein dreieck gemacht die haben nie eine linie gemacht immer drei waren sie mal auf mich ja also hier ist wie gruselig hier ist der zweite jetzt drücke weiter ja das sieht doch schön ja ja hier habe ich in ein schlafen geschickt leute 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 ich habe wirklich kein blassen schimmer ich habe keine ahnung wo das sein könnte ich habe ich kein blassen schimmer also der zweite ist hier an der schönen blöcke ja genau den haben wir ja schon markiert sie sind doch hier oben irgendwo nach über ihn ja kommen wir darauf hallo hallo sehen können sich auch weil sie nicht ja klar und wenn wir jetzt auf der karte noch mal gucken da ist der eine da ist der zweite sind wir genau in dem bereich wo der dritte sein muss und irgendwo hier wird er sein ich habe ja schon überall geguckt aber einfach alles ich weiß nicht ob ich hier schon mal geguckt habe ich komme hier nicht unter warum komme ich jetzt hier nicht unter so lassen wenn sie denn jetzt finden dann haben es richtig ich gehe jetzt hier alles ab ich gucke jetzt hier noch mal nach weil hier ist auch eine ecke da habe ich auch nicht geguckt aber ich dachte ich denke mal da hinten ist hat aber hier ist auch nichts da habe ich doch schon geguckt hier kann ich ja nichts sehen ich dachte schon ich hätte ihn ja so euch da ist ja eine markierte leute das gibt es doch gar nicht irgendwo warte mal ich gucke ich muss ja hier irgendwo sein ich habe ihn nein ich habe ihn wie du hast ja ich habe ihn ach das kann doch nicht sein da wo du stehst ja 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 ich habe ihn nicht markiert wo denn ja kommen sie einfach her und gucken sie wo bist du denn hier wenn er mir vorbei ja ich habe ihn markiert danke ich habe es nicht gemacht leute das kann doch alles genau die mitte wie ich gesagt habe genau wie wir gucken auf der karte ja guckt euch daran da da ist genau dieses dreieck wieder dort kann doch nicht wahr sein und sie haben mich letztes mal so unter zeitdruck gesetzt und ich war hier und da leute das war über eine stunde ja aber sie haben mich immer demotiviert ja aber hier sind sie doch gar nicht gewesen doch ich war hier oben können sie können da haben sie aber auch nicht richtig geguckt ja war sie immer habe ich auch recht habe ich immer nach oben in die felsen geguckt und hab den irgendwie nicht gesehen ach das kann doch ich war doch hier hier war ich doch ja wir haben es nicht gesehen wahrscheinlich ich hab ich die ganze zeit gesucht verdammte scheiße der war nur drei meter daneben sozusagen kann man so sagen okay dann dürfen sie die jetzt abschießen wegen der geduld und überhaupt ich schieße jetzt den ab oder wollen sie meisterschuss machen von der mühle aus oder so nein meisterschuss kriegs im band haben sie doch schon gemacht ich habe auch schon so meisterschüsse von der mühle aus ja verlegen sie mal trifft man den von der mühle aus garantiert wenn ich euch dann erkläre wenn ich euch erzähle wie lange das gedauert hat jetzt aber ich habe recht gehabt und das ist wichtig ja sie haben recht gehabt ja aber wenn sie richtig der nächste ist sein dinge so wenn hat wieder so ist ich bin ja nervig ist ach das kann doch alles nicht wahr sein und ich war da schon wir uns das letzte video noch mal angucken das ist so ärgerlich das ist so ärgerlich ich bin nämlich hier schon lang gelaufen ich bin wahrscheinlich gerade weil ich habe da gestanden an dieser steigung ja aber ich denke es doch gar nicht hallo täubchen was die tauben in ruhe ich mach doch gar nicht so wenig denn dein freund immer noch im schlamm ja ich glaube der wieder unterliegen bleiben glaube ich den rest des lebens jetzt bin ich mal gespannt ich habe dieses band meisterschütze noch gar nicht ob sie das nur für einen abschluss kriegen oder ob sie alle drei nein normalerweise müssten sie dann alle abschießen weil sie haben die auf nein 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 das war jetzt sie haben den letzten gefunden das war jetzt nur eine logische sache von alleine sind wir auf die logische geschichte aber nicht gekommen da ist der zweite genau naja genau oder doch in der mitte habe ich toll jetzt so ich soll jetzt ja sie sollen den meisterschütze kann man doch denn das richtig ein auf die entfernung halten sie wir gucken moment moment ich muss erst mal einstellen weil ich habe glaube ich die reichweite sieht den gar nicht sieht ja man sieht ja ich habe den jetzt mal auf 500 meter gestellt ja und nichts habe ich gekriegt tritt den arsch hab ich gekriegt ja gar nichts habe ich gekriegt obwohl ich die nicht zum ersten mal also dann mache ich den zweiten auch noch ja machen sie alle drei wie viel meter haben sind ja wieder auf 500 stehen aber falsch ich wechsle noch mal ich das ist ja nicht allzu weit weg hier 155 ich mache mal auf 200 meter und den letzten treffi offen hier wahrscheinlich warten sie ich guck welche sie stehen im weg ich sehe den gerade nicht ja alle drei adler knüpfwunsch so wir schauen jetzt noch mal im werpass ja genau der werpass wenn da ich habe ein band gekriegt ich muss mal hallo welches reinigungskraft habe ich bekommen zweitschütze habe ich bekommen und zwar erziele während der kampagne im koop modus drei killhilfen ok und habe ich noch was gekriegt meisterschütze habe ich gar nicht gekriegt dann eben auch sparen können na gut dann nicht aber wir gucken mal nach sammelobjekte ja harte landung da ist der erste adler was mich wundert im mehrspieler modus haben wir noch gar nichts freigeschaltet ja wahrscheinlich der mehrspieler modus die geschichte ist gegen andere ach so auf die art und weise ja da gehe ich mal schwer von aus dass das so ist weil alles andere wäre nichts freigeschaltet ja ja genau weil alles andere wäre dann irgendwie auch ein bisschen blödsinnig sage ich jetzt mal ja und deswegen ist das jetzt so wie es ist so sammelobjekte 13 13 alles gefunden das war auf jeden fall das vorletzte dlc oh ja eigentlich recht schnell wenn man so will oder zeigte mir denn noch an so zeig ich mir noch mal sammelobjekte habe ich irgendwas nicht ja ich gucke ja auch gerade macht da und die werkbank im lager wo sie auch nicht wussten ja ich würde jetzt sagen wir nehmen den so ganz gemütlich so langsam was wo möchte sie raus ich glaube ich möchte daraus oder daraus wo möchten sie sie möchten hier unten raus da so ne ich folge ihn dann kommen sie mal mit dann wir rutschen jetzt wir rutschen kommen so langsam mit hier ja ich war eine wacke da kommt so angeflutscht wie kann man ja ich habe gedacht ich setze mich mit machen da müssen wir lang ja schade eigentlich ne ich frage mich gerade aber ich möchte noch ein bild machen eigentlich bleiben sie mal hier so vor dem wasserfall stehen genau stellen sich da mal irgendwo hin wir machen das mal eben kommt man da überhaupt wo ja ja machen sie mal keine sorgen ich mache mal hoffentlich bleibe ich jetzt nicht stecken ja das funktioniert ja ich würde mal sagen wir gehen mal langsam natürlich nicht wo war das denn das war doch hier irgendwo hier da was soll das denn warum gucken sie mir denn auf den jungen da geht's raus leute gleich genau hier geht's raus bereit dann los leuten fairbund and surviving airmen regrouping with resistance contact to await extraction recovered intel indicates elements of project kraken may still be active und wir gehen mal auf die der tast da sehen wir dass du höher in den tödlichen schlüssel warst als ich echt meine kurve geht stärker um ich habe einen alarm ausgelöst habe 18 körper entdeckt und 69 entdeckungspunkte gemacht dann habe ich tödliche kills 37 oder habe ich 59 bewusstlose feinde 00 verschont markierte feinde 4 minus 7 wir gehen mal weiter fortsetzung in 321 so wir haben es geschafft auf jeden fall ja so harte landung ist durch genau und ich würde mal sagen ich möchte mich noch mal ganz kurz entschuldigen dafür dass das andere so lang wenn es langweilig war für die jene möchte ich mich entschuldigen für die leute die für die leute die es interessant fanden dass wir da so um suchen und so was alles ich meine das ist in der sache die wir immer machen egal ob in der aufnahme oder ohne aufnahme suchen tun wir immer wie die bekloppten rennen wir da immer rum jetzt ist es so dass dieses video wieder kürzer geworden ist aber wir sind auch jetzt bei 16 minuten gleich ja rock lady erstmal vielen dank wieder für deine akribische art und weise danke don aber dir möchte ich auch danken für deine wir sagen ja geduld naja ist immer schwierig aber naja man man macht's halt macht ja auch spaß ja ihr könnt im don da gerne ein däumchen für die jahre nicht dafür abonnieren wenn ihr zufällig hier gelandet kostet nix genau ist alles umsonst bei der rock die könnte auch mal ein däumchen lassen und könnte auch schreibt wie gesagt meine frage schreibt man in den kommentare ob ihr das interessant findet dass es so lange dauert wenn wir suchen oder ob ob ihr sagt das ist dann doch nicht so es wird wahrscheinlich so teils teils ja lassen wir uns mal überraschen also ich würde sagen wir sehen uns beim letzten wenn die kraker erwacht genau und ja mehr bleibt nicht zu sagen als wir sehen und vielen dank ja gerne wir sehen uns leute macht's gut tschüss tschüss tschüss